Ja? Ja, schönen guten Tag Frau Schmidt. Frau Schmidt? Ja, ich bin die Frau Schmidt, ja. Mein Name ist Bornhöft. Was suchen Sie? Ich bin von der Duttflechterei Bornhöft & Sohn, Bornhöft Senium Apparat. Ich grüße Sie. Hallo, hallo. Frau Schmidt, Hand aufs Herz. Ja? Haben Sie nicht auch oft der Ärger mit Ihrem Dutt? Ja. Wir haben gerade Schnupperwochen bei der Duttflechterei Bornhöft. Ja. Bornhöft & Sohn restauriert nämlich schon seit 1910 Dutts und verhilft der lieben alten Oma, wie dazu würdevollen und repräsentativen Aussehen. Aha. Tragen Sie einen selber einen Dutt? Ja. Frage. Wollten Sie nicht schon immer mal Ihren Kanarienvogel mit sich im Dutt umhertragen? Sie sind so ein Arzt, ja? Wie bitte? Ah, ich bin auch ein Arzt. Nein, ich bin nicht der Augenarzt. Ich bin die Duttflechtererei Bornhöft & Sohn. Ich war schon tot gewesen, ja? So gebe ich halt, äh... Hä? Ah, wie heißt Sie? Mein Sohn wird ein paar Eischeni mit Ihrem Fuß, ja? Ja, Mann, hau ich nicht den Abend in mir mit mir Hause, ne? Ja. Ja. Wollten Sie auch immer nicht um? Ah. Sie wohnen wohl in Kiel? Ja, aber nicht den Abend, oder? Ne, wäre es lecker. Ah, danke. Ich war da schon bald in der, äh... Ja? Ja, Frau Schmidt. Na gut, danke. Okay. 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 Vielen Dank.